Hallo liebe Freunde, ich bin hier mal wieder mit dem Chiri und ich kann schon mal vorwegnehmen, diese Runde wird mal wieder ein Panzerass, was ich allerdings denke, ist nicht ganz so schwer. Mit anderen Fahrzeugen muss man dagegen höhere Stufen kämpfen, um ein richtig gutes Panzerass zu kriegen. Mit dem Chiri reicht es schon, wenn man Top Tier ist und ein bisschen Schaden austeilt. Das ist ungefähr das, was ich diese Runde gemacht habe. Ja, und vor allen Dingen, was ich diese Runde noch festgestellt habe, ihr seht so den schönen Uni. Wir fahren nebeneinander gleich den Berg hoch. Und ich muss ja mal sagen, ich mache jetzt mal die freie Kamera an. Ich dachte immer, der Chiri wäre groß. Oder schon ziemlich groß. Wenn ihr mal mit dem K85 vergleicht, bin ich schon ein großer Panzer. Aber das Ding ist ja mal gewaltig. Das ist ja mal eher ein Zug auf Ketten als irgendwas sonst. Ich dachte immer, in meiner schweren, schwerer Panzer, wo sie die Panzerplatten vergessen haben. Aber die Japaner brauchen ein Schein bisschen mehr Platz, um Panzerplatten in den Panzer einzubauen. Ja, das ist so ein Ding, was mir aufgefallen ist, wo ich echt dachte, jetzt komme ich mir gar nicht mehr so groß vor, wenn ich neben dem Ding stehe. Was ja auch ein 7er ist, genauso wie ich. Und mir ist gerade aufgefallen, dass direkt am Anfang einer von uns stirbt. Vom T67 wird das Go dazu stört. Tja, das ist schade. Weil der VK den aufgedeckt hat. Hier kommen die, ich weiß nicht, auf die Kamera, die ich hatte. Hier kommen die gegnerischen Medienpanzer hoch. Und die wollte ich eigentlich beschießen, indem ich hier rumfahre. Und dann habe ich nicht realisiert, dass da die Map zu Ende ist und ich leicht dagegen gefahren bin. Deswegen bin ich hier stehen geblieben, was ziemlich dumm ist. So, jetzt komme ich hier an die Position, wo ich schießen kann und kriege nur noch den, ihren Deckel ins Visier. Dann schieße ich auch einmal kurz, bevor der Uni vor meine Frist fährt. Für den sind zum Beispiel geile Gegner irgendwie 300 Schaden direkt von seiner HE-Kanone kriegen. Aber der Schuss ist natürlich leider nur abgeprallt. Da ist der Durchschlag nicht hoch genug. Ich versuche es hier nochmal, mich zu positionieren. Aber die ist nicht andersweise so, dass ich irgendwie schießen könnte. Und hier ist mir aufgefallen, hier sind so viele Leute oben und so viele Gegner oben. Okay, dafür gibt es ja noch eine zweite Stufe von dem Berg. Der Berg ist so ziemlich der Schlüssel zu der Map. Es gibt sehr wenig Gefechte, die gewonnen werden, ohne diesen Berg einzunehmen. Und da dachte ich mir, wenn hier die zweite Stufe halt nicht verteidigt ist, gehe ich halt dahin. Weil, äh, ja, Top-Tier-Medium kann auch ein bisschen was reißen. Und dann stehe ich hier und denke mir so, äh, Mist. Aber zum Glück ist, also ich wollte da eigentlich drumherum fahren, um den, um den gegnerischen Mediums und so weiter in die Seite zu fallen. Aber das hat nicht geklappt. Dafür habe ich allerdings hier ein 6er Medium ins Vor-Mir. Das ist natürlich auch ein dankbares Ziel für meine 6er Kanone, die schnell schießt. Und hier hat auch der Gegner, der mit HE schießt, was ein ziemlich gemeine Sache ist gegen meinen Cheery, weil ich habe ja nur Papierpanzerung, hat auf meine Ketten geschossen zum Glück mit HE. Dann, und hat sie extrem weit zurückgezogen, wo ich nicht rumfahren wollte. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du halt das, wo du da rankommst. Da habe ich halt den Jagdpanzer 4 genommen. Habe ich in eine Salve reingedrückt und habe gleich schon wieder nachgeladen. Ja, okay, dann gehen wir halt nochmal. Und da habe ich ihn unter die Platten, unter die Panzer, unter die Kanonenblende gegeben. Und einen direkt drauf, wo ich natürlich nicht mehr durchkomme, weil die Kanonenblende ziemlich ekelig dick ist. Und jetzt mache ich ihn halt hier weg. Und dann dachte ich mir, okay, kann sie rumfahren, kann sie auch noch wegmachen. Aber ich bin abgeprallt. Und habe mit meinem Hauptgeschütz seine HE-Kanone gefressen. So, ich lade aber da habe ich sogar schneller nach als der Gegner. Und hier versuche ich mit einem zerstörten Geschütz zu snipen. Was in der ersten Kugel noch gut ging und dann fährt er weg. Also mit einem zerstörten Geschütz snipen kann ich nicht empfehlen. Deswegen habe ich das jetzt hier wieder repariert. Und dachte mir, jetzt könnte nicht mehr so viel stehen. Komm, lass mal runterdrücken. Im Nachhinein wäre die bessere Idee gewesen, dann hier vorne an der Kante stehen zu bleiben und kurz mal meinen Scherenfernung zu benutzen. Aber ich war nicht schlau in dem Moment. Und dann passiert halt sowas. Blob, gekettet und direkt 500 Schaden kassiert. Dann schieße ich halt zurück, okay. Ich habe übrigens meinen automatisch nach vorne fahren, dem Moment ausgeschaltet. Ja, und jetzt stehe ich halt hier wie auf dem Präsentierteller mit einer Papierseitenwand und die Gegner können draufholzen. Meine Dänen haben uns zerstört, aber da steht noch ein ARL, der bis jetzt nicht gespottet war. Und da dachte ich mir halt, okay, das ist schlecht, dann fahre ich lieber weg. Und lad nach, damit, weil ich hatte nicht die Ambition, jetzt direkt nochmal rauszufahren, dass er direkt danach gespottet wird, ist natürlich ungünstig. Und das ist mir, na gut, dann kann es eigentlich gut schießen. Geht durch, prallt ab, prallt ab. Und ich weiß nicht warum. Also, die sind zweimal abgeprallt am Ende. Ich bin nicht ganz klar, wie er da stand. Das war ein bisschen lucky von ihm, dass er meine beiden Schüsse da abprallt. Aber 1600 Schaden ist annehmbar. Und ich habe auch ein bisschen Schaden aufgedeckt. Zum Beispiel den Cromwell und den T67 müsste ich aufgedeckt haben. Durch mein Scherenfernrohr. Wodurch ich natürlich ganz gut Assistenzschaden bekomme. Was natürlich meine Wertung noch ein bisschen erhöht. Die WN8-Wertung ist, glaube ich, 5900 von dem Gefecht hier. Was ich extrem krass finde, dafür, dass ich Top-Tier bin. Aber der Chiriré ist halt ein Fahrzeug, das echt schwer zu fahren ist. Und da sind noch zwei von uns gestorben. Halt die Artillerie und NVK wurde von der Artikel gemacht. Hier gebe ich dem erstmal einen mit. Und dann bin ich zu unfähig, richtig zu ziehen. Währenddessen machten die Teammates hinter mir die Artillerie weg vom Gegner. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, weil jetzt nicht mehr so allzu viel passiert. Ich habe in dem ganzen Match auch noch eine Stahlwand bekommen. Und mir ist nicht so ganz klar, warum. Weil ich habe irgendwie 200 Schaden mit meiner Panzerung abgefangen. Also Abpraller gehabt. Und der M4A3E2. Hier kann ich noch ein bisschen rumschießen. Und so ein M4, der 6er Medium, hat irgendwie 1200 Schaden abgeprallt. Und mir ist nicht so richtig klar, warum ich dann die Stahlwand bekommen habe. Also, das erschließt sich mir nicht so richtig. So, hier habe ich den Leichenpanzer, der aus irgendwelchen Gründen nicht schießt. Obwohl er mich gespottet haben muss. Und ich bin völlig unfähig, die nächsten zwei Schüsse reinzusetzen. Den ersten treffe ich. Und dann schieße ich zwei vorbei. Und hier dachte ich mir schon, oh nein, jetzt klaue der, macht der mir noch Schaden oder macht mich sogar weg. Weil ich hatte echt nicht mehr viel Leben. Aber neben dem, wo er die Müge kommt, habe ich zum Glück nachgeladen. Was echt gut ist, dass die Nachladegeschwindigkeit so schnell ist, obwohl ich dreimal geschossen habe. Aber der Black Prince bleibt dort ganz entspannt dahinter stehen. Da passiert nichts mehr. Wie gesagt, 2200 Schaden. Ich glaube, 1600 ungefähr noch aufgeklärt. Oder assistiert, besser gesagt. Ja, reicht für einen Panzerass und eine Stahlwand. Die immer noch merkwürdig aus meiner Sicht ist, warum ich die bekommen habe. Aber ich beschwere mich nicht drüber. Das war es dann von mir. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald.